Also beruflich habe ich ja schon einiges ausprobiert und auch Erfahrungen sammeln können und ich muss niemanden mehr was beweisen. Okay, außer mir selbst vielleicht. Ja, deswegen habe ich nach einer Beschäftigung gesucht, wo ich selbst sein kann, mich nicht verstellen muss und vor allem, wo ich viel Freude habe. Und die habe ich jetzt gefunden. Ich bin Stilistin bei OptiD. Und du kannst das auch. Untertitelung des ZDF, 2020